Nein, wir waren fies! Ist das jetzt... Japaner nahm ein Organ, um Rory zu verdauen. Ist weg! Na, kriegst du's hin? Dann soll ich ja helfen. Die Rose rankt im Fuchsgesicht. Wir haben's nass da bekommen. Echt? Was lag da nass drauf? Das Falsche ist da hingezogen. Tja. Ich hab's nass gemacht. Das ist ein bisschen größer. Das ist echt so ein bisschen, ne? Woher weißt du das immer? Ich hab mal da größer. Das ist verlassbar. Ich könnte auch sagen, ganz 83. Was hast du denn jetzt? Es gibt mehrere, die ganz 83 sind. Mindestens 3. Machen wir das gleich. Und weil der Hund wird schwarzfahrig. Jetzt geht's jetzt mal Wasserstraße. Ja, danke schön! Bitte! Ich hab's ja... Habt ihr sie gepackt? Und... Ob sie kurz auf dem Sachen auflassen? Ja... Ja... Ich war schneller. Ich war schneller. Ja, die Hose... Entschuldige bitte. Ich hab mal... Ah... Ich weiß nicht. Mit Puzzlen... Ich bin so... Frisch war mit Puzzlen geworden. Das ist Wahnsinn. Ja... Wollte ich das... Wollte ich das... So hoch... Da... Und... Ich muss das ein bisschen so legen, weil ich... Ich mach das schon... Wunderbar... Und so mache das da. Ich war lange greifen. Ah... Also sehe ich jetzt so aus, wenn ich das jetzt besser zusammen bekomme. Haha... Kreativ-Po... Ja, nur... Der will jetzt sehen. Mach das zusammen, dreh es um. Nein! Das ist ein Problem. Würde ich das machen? Ja, das wäre besser, weil ich glaube, bei mir geht das jetzt gerade so... Nur so locker... Ruffig und... Sehr professionell. Ich bin deutsch. Ja, ist auch noch ein großer Schein. Da fahr vorne einfach... Ja, das verheb ich nicht, das ist scharf. Das ist jetzt auch ein Kind-T-Shirt.